moin leute erst mal nach der robbie ja ich wollte euch in werken ein neues werk von ein neues werk von mir von werken vorstellen und zwar das hier ja wir waren im werk mal wieder flach flach nein wirklich richtig aktiv falls ihr euch jetzt fragt was ist eigentlich aus dem hologram prisma geworden der braucht auf jeden fall noch eine weile wir haben aber währenddessen noch ein anderes projekt gestartet zum testprojekt und zwar einen würfel ja